Hallo, ich bin Michael Besuska. Hallo, ich bin Lukas Schleink. Wir sind beide aus Tschechei. Mir gefällt, dass zu viele Zuschauer kommen. Letztes Heimspiel gegen Adendorf. Sehr dauerndrücken. Und wir hoffen, dass am 20. Januar wieder und mehr Zuschauer kommen. Deswegen ist das so sehr wichtigste Spiel für uns. Jetzt müssen wir nach Training. Deswegen brauchen wir fit sein. Deswegen brauchen wir gewinnen. Bis dann!